Panther Cup 2013 von Special Olympics, wohl eine der segensreichsten sportlichen Einrichtungen und Veranstaltungen. Auf der Moorinsel Bruck an der Moor wurde dieser Cup ausgetragen. Begeisterung bei den Teilnehmern und Betreuern waren der Beweis für die Bedeutung dieses Panther Cups. Der Panther Cup ist an und für sich eine Fußballliga für Menschen mit mentaler Behinderung, wird österreichweit ausgetragen und unterstützt von den jeweiligen Fußballverbänden aus dem Bundesland. Und wie viele Mannschaften nehmen da teil an diesem Turnier? Insgesamt in ganz Österreich haben wir 24 Mannschaften, davon haben wir hier in der Region Süd, also wo Kärnten, Burgenland und Steiermark teilnimmt, 13 Mannschaften in drei verschiedenen Leistungsgruppen. Und diese Veranstaltung ist das erste Mal in Bruck? Nein, ist es nicht. Wir haben jetzt die dritte Saison schon und wir haben jeweils immer ein Turnier in Bruck mit heutiger Siegerehrung. Also das Finale ist erstmalig in Bruck. Die Spielfreude war groß und einige technische Einlagen waren auch zu sehen. Veranstalter war der Verein Sportbündel. Verköstigt wurden die Teilnehmer vom SC-Treff auf der Moorinsel. Ja, wir und der Verein Sportbündel haben die Idee gehabt, den Sport für Menschen mit besonderen Bedürfnissen anzubieten. Das war so die Initial-Ideezündung und wie man sieht, läuft das recht gut. Wir sind da eine gute Kooperation mit dem BIOS-Institut und spielen mit vier Mannschaften. Das war so die Untertitelung des ZDF, 2020